In der Gegend von La Mancha befindet sich ein kleines Dorf im großes Unheil dort. Wow, das ist kein Sturm. Das ist ein gigantisches Sturmmonster. Kommt mit mir mit in den Wald. Wir stellen uns diesem Monster und verteidigen unser Dorf. Bereit? Bereits. Drei Freunde. Waffelt! Nimm meine Hand! Auf einer unglaublichen Reise. Schnell, der Drache ist direkt hinter uns! Sie kriegen uns nicht! Hinterher! Verpasst nicht! Die Legende von Don Quixote. Für La Mancha! Mit neun Helden. Das Geheimnis von La Mancha. Im Kino! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR